Moin und willkommen zurück zu The Flame in the Flood. Oh, ich bin hier noch am Fahren und ich muss gerade gucken. Oh, ich bin mir ein bisschen zu konzentriert. Puh, wir haben zum Glück einen Ruder dran gebaut. Das ist ein bisschen einfacher dann. Da ist, da rüber, ein bisschen da rüber. Heilung klingt immer gut. Ich hoffe, wir finden noch tolle Sachen hier. Nein! Oh nein, zählt das jetzt noch bitte nicht? Ich habe doch gedrückt eigentlich. Das habe ich nochmal auf die Müsse gekriegt, oder was? Ich hoffe mal, das Floß hat nichts abgekriegt. Das wäre nämlich nicht so teuer. Okay, hier sieht es ein bisschen ruhiger aus. Altes Holz, nehmen wir mit. Okay, das ist sehr gut. Oh, wir haben Wölfe hier. Wir schlafen. Schlafen, 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 schlafen. Acht Stunden, schlafen. Gefährlich, gefährlich. Sind die Wölfe weg? Bitte sag mal, die Wölfe sind weg. Ich glaube nicht. Okay, wir gucken mal, vorsichtig. Ich glaube, es sind weniger Wölfe am Tag, aber trotzdem können da noch Wölfe sein, glaube ich. Ähm, da müssen wir so ein bisschen so ein Auge drauf haben. Eine Angelschnur kann ich nicht mitnehmen. Okay. Hier noch was Tolles. Da bewegt sich noch was. Das sind Hasen. Altes Holz nehme ich mit. Ne, wenn Hasen hier sind, dann dürfte kein Wolf da sein, eigentlich. Ich habe jetzt keine... Doch, ich habe Setzlinge. Reicht es dann, um mir eine Falle zu bauen? Ja. Ich kann mir die direkt aufbauen. Wir müssen aber ein bisschen weiter hier rüber gehen. So, meine Freunde. Wir stellen euch hier mal was hin zum Spiel. Dann könnt ihr euch hier austoben. Wir bräuchten nur noch mehr Sitzlinge, glaube ich, ne? Okay, da hast du dich schon direkt erwischt. Schrauben. Oh, die nehmen wir mit. Wir bräuchten aber noch mehr Sitzlinge eigentlich, ne? Hier gibt es echt viel zu finden gerade. Krass. Beute. Salz. Kann ich nicht mitnehmen. Salz wäre gut, dann könnten wir direkt gepökeltes Fleisch noch machen. Wir haben aber keinen Platz mehr im Inventar. Das ist jetzt ein Problem. Ich muss ein Lagerfeuer aufbauen, fürchte ich, ne? Ich glaube, ja. Wir haben auch kein Dinges mehr hier, um noch ein giftiges Fleisch zu bauen. Da sind rote Ameisen. Was haben wir hier? Nee, so zum Lumpen können wir mitnehmen. Hier sind echt viele Schlafplätze. Krass. Leute. Angelschnur können wir nicht mitnehmen. Was ist denn hier tolles Sound drin? Schienen und Lumpen können wir... Das können wir nicht mitnehmen. Okay. Da war drinnen... Was haben wir da drinnen? Angelschnur konnten wir nicht mitnehmen. Okay. Nur eine Angelschnur. Ich dachte, da wären noch mehr drin gewesen. Schön, dass das verdrängt. Oh, da ist ein Wildschwein. Das könnten wir sogar bearbeiten. Warte mal. Andenden. Falle bauen. Dann können wir dich auch mitnehmen, mein Freund. Hier, komm mal her hier. Juhu. Okay. Hab dich. Jetzt ist mein Winter wieder voll, ne? Jupp. Das ist schlecht. Ähm... Wir müssen Lagerfeuer bauen. Hier. Jetzt wird es dunkel schon wieder. Was ist jetzt los? Sonnenfelsinn ist? Setzen. Oh, nein. Ich hoffe, wir können auch was kochen schnell. Wir kochen die Jucca. Wir kochen die Jucca. Wir kochen das Fleisch. Nochmal gekochtes Fleisch. Okay. Löwenzahntee. Könnten wir sogar noch ein bisschen was wegkochen eigentlich. Sollte ich mal machen, ne? Wir können die da ein bisschen stacken. Wir kochen mal zwei. Zumachtee könnten wir noch machen. Aber das braucht halt alles Platz. Wir könnten uns noch was tolles craften. Wir haben Wildschweinhosen. Handschuhe könnten wir uns noch machen. Wir machen uns Handschuhe. Die können wir auch direkt anziehen dann. Ähm... Ausstatten. Okay, wir haben Bildschweinhanschuhe. Dann können wir die hier, isolierten Handschuhe, verarbeiten. Lumpen raus machen. Okay. Was finden wir hier noch tolles? Alkohol-Schiene. Können wir die mitnehmen? Können wir mitnehmen. Wir gehen mal pennen. Für... zwei Stunden. Wir wollen nämlich nicht nass werden. Es riecht nicht immer noch. Müssen wir nochmal schlafen gehen. Dann schlafen wir mal für vier Stunden. Ich hoffe mal, das Wetter beruhigt sich jetzt wieder. Das Wetter beruhigt sich nicht. Echt nicht? Oh Gott, das Fleisch ist verdorben. Echt? Nochmal für vier Stunden schlafen gehen. Wir schlafen jetzt nur noch. Das ist aber nicht gut. Und jetzt ist es Nacht. Eigentlich ganz schlecht. Fleisch ist verdorben. Das ist nicht so toll. Oh. Das ist nicht so toll. Parasiten. Oh Gott, das Fleisch hält sich nicht für immer. Ja, wenn es kochen soll, ne? Wir essen mal hier ein Fleisch. Da hinten war Salz, glaube ich. Da können wir nochmal... Ah, nee, das können wir nicht mehr machen. Das war bestimmt noch das Stinks-Fleisch, ne? Das wollte ich eigentlich noch verarbeiten mit Salz, aber ja. Wie gesagt, hier sind noch Wölfe oder sowas. Das fehlt mir nämlich gerade noch. Das Feuer könnten wir benutzen. Ich könnte es halt anzünden. Okay, nehmen wir alles mit. Hasenfell können wir nicht mitnehmen, weil wir keinen Platz haben. Na toll. Ähm, verdorbenes Fleisch wegwerfen. Da würde ich das gar nicht erst benutzen. Salz war, glaube ich, hier hinten. Beute. Nehmen wir mit. Okay, dann können wir nochmal Hükelfleisch herstellen. Zielvorrat erreicht, okay. Aber nach einer Errungenschaft gekriegt. Sehr gut. Jetzt würde ich aber gerne das Hasenfell noch mitnehmen, weil wir brauchen das, glaube ich, noch, ne? Können wir uns jetzt so ein... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ne, können wir nicht, ne? Wo war das denn? Hier? Ich bin gerade am gucken. Ach, genau das hier wollte ich gucken. Hier, Ledersatz. Ähm, das haben wir. Wir brauchen einen Werktisch. Na toll. Jetzt kriege ich mein Inventar nicht leer, weil ich einen Werktisch brauche. Großes Kino. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Schiene nehme ich nochmal mit. Aber das ist nochmal alles gut genommen, glaube ich, ne? Ne, Angelschnur habe ich noch. Die können wir auch mitnehmen jetzt. Da sind noch Ameisen. Schrauben nehmen wir mit. Ist hier noch irgendwas? Meistens ist hier in den Ecken noch was versteckt. Das sieht man manchmal nicht. Da muss man dann nochmal nachhaken. Ich weiß gar nicht, war hier noch was? Ich würde gerne noch ein paar... Fallen bauen. Aber wir haben leider nichts. Beute? War nichts mehr, okay. Wir haben keine Setzlinge, leider, ne? Fürchte ich. Äh, den kann ich noch essen. Gibt mir das Wasser eigentlich nicht? Es gibt mir nur Nahrung, leider. Schade. Das ist voll. Wasser haben wir fünf. Die könnten wir eigentlich stacken sogar. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Dann legen wir... Was legen wir denn mal? Wir legen das hier mal bei dir rein. Schienen haben wir jetzt noch zwei Stück. Die könnte ich auch noch wegpacken. Tja. Wasser wäre nochmal. Aber Wasser haben wir ja ein bisschen auf dem Lager. Wir können auch zu Not das hier trinken. Wenn es hart auf hart kommt. Ich würde gerne... Das ist noch eine Alue. Ich würde gerne noch ein paar Hasen mitnehmen hier. Es sind noch so viele Hasen hier. Aber ich habe leider keinen... Oder hier vorne vielleicht? Warte mal. Das ist ja noch ein Haus. Habe ich das auch nachguckt? Ich glaube nicht, ne? Heute? Ne, aber nicht nachguckt. Es ist ja... Guck mal, da ist noch was drinne. Krass. Ähm... Hier war irgendwo noch... Was ist los, Daisy? Jucka? Nehmen wir mit. Jetzt haben wir aber kein Puzzle mitnehmen. Ich glaube, es ist voll, ne? Ja. Es gibt eine Nahrungsmittelvergiftung. Wir müssten das nochmal kochen. Ich würde gerne... Da war nichts mehr drin. Das hat mal leer gemacht, ne? Genau. Also... Ich würde gerne noch ein paar Sitzlinge mitnehmen hier. Ich glaube, wir können hier Pfeilen bauen. Warte mal. Ne, warte mal. Sitzlinge sind alle, ne? Ja, Sitzlinge sind aus. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir machen mal aus der Angelspur noch... Los ist es. Dann können wir noch craften. Hier, einen Nähsatz machen wir nochmal. Wir müssen uns den Nähsatz verarbeiten. Das ist ein Lagerfeuer, da habe ich, glaube ich, keins mehr. Ne, das heißt, wir müssen ein Lagerfeuer bauen. Das geht nicht anders. Okay. Jetzt habe ich noch ein bisschen Platz. Dann versuchen wir weiterzukommen. Das ist nochmal irgendwo ankommen. Jetzt geht die Musik wieder los. Okay. Was hier ist, weiß ich gar nicht. Wir können hier anlegen erstmal. Dann machen wir das. Komm, 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 komm. Okay. Ich habe es rechtzeitig gedrücken können. Winhollow. Spiondosenhandel. Äh, aufgibt es mit Alkohol. Na toll. Alkohol. Wir müssen nur gucken, dass wir hier nicht noch eine böse Überraschung haben. Ich bin ja froh, dass es gerade ein bisschen ruhiger ist hier. Beute, Angelhaken und Gefäße nehmen wir mit. Kann hier noch was Tolles sein? Alkohol. Wir haben so viel Alkohol. Ich weiß gar nicht mehr, wohin da wird ein Setzling. Den brauchen wir. Da brauchen wir noch mehr von. Wirklich nicht, ne? Schraube und eine Strickmütze. Die Strickmütze können wir nicht mitnehmen. Die lassen wir drinnen. Gebt uns eh nicht weiter. Weil die von, äh, von der Spufe zu niedrig ist. Holz nehmen wir gerne mit. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Ich bin froh, dass wir so viel Holz kriegen hier. Wir müssen noch mal etwas von unserer Prozess upgraden können. Das wäre toll. Wenn wir noch mehr Dinger hier craften, können wir bauen, können wir das super. Okay. Was, wir können kein Holz mehr mitnehmen. Angelhaken können wir mitnehmen, aber halt das Holz nicht mehr. Na toll. Holz würde ich aber schon gerne mitnehmen jetzt hier. Das wäre mir noch wichtig. Ähm. Das sind gekochte Jucca. Wir könnten aber noch was trinken jetzt hier, ne? Ach, wohl hier noch nicht. Fleisch ist noch da. Für Dipp noch sechs Tage. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Er ist in den Löwenzahn. Konsumieren den Speicher. Ich kann nehmen das Holz mit. Das Holz ist... Oh, 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 oh. Das war aber wieder knapp hier. Okay, was ist denn hier? Komm, ab. Äh, Lumpen, nehmen wir mit. Oh, nein. Nicht gut. Ich habe die Schlange nicht gesehen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir müssen ganz schnell hier, äh, den hier. Tchuuu, Forager. Wir haben es noch überlebt. Alter Schwede. Da habe ich die Schlange aber voll mitgenommen. Ich habe mich gerade voll auf den Rahmen konzentriert, dass ich die Schlange nicht gesehen habe. Uff. Ich wusste aber gar nicht, dass Löwenzahn, äh, gegen Schlangenbiss hilft. Haben wir das gelernt. Wie, was haben wir hier? Inventar ist voll wilder Knoblauch. Können wir nicht mitnehmen. Es wird schön der Dunkel. Das ist nicht so toll. Ich habe gefallen, dass die Schlange zwar gebissen hat, aber sich irgendwo noch versteckt jetzt wieder. Warte, oh, pff. Aber es ist schon der nächste Schlangebiss. Ich habe es natürlich nicht gesehen, weil ich diese blöde Meldung gerade gekriegt habe. Oh, okay. Schnell, 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 schnell. Inventar. Inventar, Inventar. Äh, hier. Konsumieren. Schangenbiss geheilt, oder? Jetzt schnell hier rein. Wir schlafen vier Stunden. Komm. Das ist ja schon eine Chaosrunde jetzt hier gerade. Oh, Mann. Und das Wetter ist nicht besser. Wir legen uns nochmal vier Stunden schlafen. In keinem Sinn. Wir haben es noch wieder zurückgekehrt. Okay. Willst du mich veräppeln? Jetzt ist hier schon wieder eine Schlange. Ich glaube, ich spinne. Jetzt muss ich mir echt den dritten reinziehen. Das gibt es doch nicht. Drei Schlangen. Ich habe auch gerade kein Glück mehr jetzt hier. Oh, Mann. Wir gehen. Daisy, ich habe keine Lust mehr. Wir gehen. Haben wir noch genug Löwenzahn, um uns nochmal was zu kochen? Ich glaube, ja, ne? Da sind noch zehn Dinger. Ja. Mann, 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 Mann. Drei Schlangen, ey. Den ganzen Löwenzahn hier verbraten. Komm, wir müssen was kochen. Lagerfeuer haben wir. Ja, komm, wir kochen was. Da bin ich gerade nicht begeistert von. Muss ich zugeben. Und dann nutzt du das Lagerfeuer. Jetzt müssen wir uns erst was kochen. Das ist ja schön, ja, was... Mann, Mann, Mann. Gekochte Jucke können wir noch machen. Eine Falle können wir noch mal herstellen. Wir können... Ja, wir können nur eine Falle herstellen. Na toll. Aber ich brauche auch noch... Sumachtee. Könnten wir auch machen. Habe ich Sumachtee im Inventar? Nein, das ist ein Problem. Bei Sumacht bringt uns so nämlich nichts, ne? Ne, das nicht. Wo ist es denn? Sumacht? Haben wir noch gar nicht. Dann, äh... Löwenzahntee. Können wir nicht, weil wir keinen Löwenzahn mehr haben. Sehe ich das richtig? Ja. Müssen wir gerade Löwenzahn sammeln. Haben wir noch Platz im Inventar? Ja, okay. Wo war der Löwenzahn? Hier vorne irgendwo, ne? Hier. Nehmen wir mal gerade mit. Gibt es noch mehr Löwenzahn? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann machen wir uns gerade noch mal 3T fertig. Feuer benutzen. Setzen. Und... Wir brauchen jetzt noch mal Tee. So können wir keinen Löwenzahntee herstellen. Sumachtee können wir herstellen. Löwenzahntee. Wir brauchen noch einen Löwenzahn. Das reicht nicht. Krass. Oh, da wollte ich nicht hin. Ähm, verlassen. Das reicht nicht. Du brauchst 4 Löwenzahnen für einen. Wow. Ist hier noch ein Löwenzahn irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Krass. Okay, da muss ich jetzt gerade schnell zum Boot zurück. Das ist jetzt doof. Gib mir Löwenzahn. Den Löwenzahn, den wir nur haben. Dann kommen wir schnell wieder zurück. Zum Feuer. Setzen. Und wir müssen gerade Tee kochen. Ganz dringend. Ganz dringend, ganz dringend. Wo war denn das? Hier bei Heilung. Löwenzahntee. Viel geschlagen, kein Platz im Inventar. Na toll. Können wir irgendwas essen? Äh, ne, können wir eigentlich nicht. Lohnt sich nicht. Warte mal. Was mach ich denn jetzt? Hm. Können wir das gerade? Ne, können wir nicht. Was mach ich denn jetzt? Dann ess den Löwenzahn. Das ist aber blöde. Ich wollte den eigentlich nicht essen. Jetzt können wir Löwenzahn herstellen. Aber nur zwei, leider. Okay. Zoom 8T könnten wir noch machen. Aber wir haben keinen Platz im Inventar. Doch, wir haben Platz im Inventar. Zumindest hier am Boot. Können wir das so machen? Und den Zoom macht ihr einfach kochen jetzt. Können wir. Zumindest das geht. Okay. Jetzt haben wir aber nur noch zwei Wasser übrig. Ne, jetzt müsste es mal wieder regnen tatsächlich. Fallen wollte ich noch craften. Da muss ich auch nochmal schauen. Oh je. Ja, zwei Wasser haben wir noch. Da könnten wir natürlich jetzt noch auffüllen hier wieder. Wenn wir den Dingens haben. Löwenzahn lasse ich jetzt mal übrig. Oder veresse ich den einfach. Hier sind noch zwei Zoom machen. Ja. Ich könnte natürlich noch Dings machen. Aber dann haben wir nichts mehr zu trinken. Das ist ja auch nicht so toll. Das konsumieren wir alles. Hier kommen wir auch noch Platz. Kohle nehme ich noch mit. Kohle nehme ich noch mit. Es wird schon so dunkel. Das brauche ich nicht. Oh ja, sehr gut. Es fängt an zu regnen. Regen. Benutzen. Kriegen wir jetzt Wasser? Ne, nichts zum Sammeln. Es ist Gewitter, aber es fängt nicht an zu regnen. Bisschen Tropfen gibt es. Können wir das jetzt zufällig machen? Verwenden. Ja, können wir. Es gibt nichts zum Sammeln. Was ist denn das für ein Gewitter? Oh, oh. Ich höre schon eine Schlange. Das ist nicht gut. Okay, na gut. Wir schlafen noch eine Runde. Zwei Stunden. Jetzt gibt es Regen. Ich glaube, ich spinne. Und wir benutzen. Wir brauchen so viel wie möglich. An Wasser. Ich hoffe, dass ich die Tasche endlich mal noch groß werde. So, das sind schon eine mega lange Episode. Das ist so, dass du mehr hast. Ansonsten. Nutzen, benutzen, benutzen. Okay. Wir haben alles aufgefüllt zum Wasser. Sehr gut. Dann schlafen wir jetzt noch eine Runde. Ich hoffe, in vier Stunden ist es vorbei. Und wir bleiben trocken. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Oh, man. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.